Sie sagen ganz klar, Sie brauchen finanzielle Zuschüsse, finanzielle Zuschüsse, sozial-ökologischer Umbau. Und Sie als grüne Politikerin wissen, was die zukünftigen Märkte sind. Sie wissen, wie man die Industriestruktur so ändern muss, dass möglichst viele Jobs und eine hohe Rentabilität entsteht. Sorry, das wissen Sie gar nicht. Das ist eine Anmaßung von, wir wissen nicht persönlich, aber die, die diesen Standpunkt vertreten. Aber ich rede doch mit den Industrie-Förmten. Das können nur die Firmen selber entscheiden. Die müssen die Märkte abschätzen. Und glauben Sie mal, wenn der Trend in irgendeine Richtung ginge, dass die Leute jetzt plötzlich Elektroautos von alleine kaufen wollen, dann würden die Firmen gerne dann natürlich investieren. Da brauchen sie sie nicht zu zwingen, bestimmte Dinge zu machen. Der Preis, der CO2-Preis, würde ja die Lenkungswirkung haben. Und mehr nicht. Dann haben die Politiker allerdings nicht mehr viel zu tun. Das wird sehr gut von der T позвол基 leafiert. Untertitelung des ZDF, 2020